Yo Leute und herzlich willkommen zu diesem fetten Premium Böller Vergleich. Wir haben hier nur Böller, die eine NEM von 2 Gramm oder darüber haben. Richtig krass Leute, wir haben hier die Neuheiten am Start, die Black Cobrax, die Dynamite Böller, die XP3 und dann natürlich, damit man die Lautstärke von denen einordnen kann, Super Böller 2 von Veko und ein Funke D-Böller aus der Charge 2016. Wir fangen jetzt einfach mal an mit den Super Böller 2 von Veko. Kennt jeder, aktuelle Ranz-China-Ware, vorne Turnerde, hinten Turnerde. Die haben 2 Gramm NEM, haben es also gerade so in diesem Vergleich mit 9 geschafft. Dann haben wir hier die Black Cobrax 15.0, die sind von Rubro, eine neue Marke auf dem deutschen Markt. Machen das jetzt mal auf hier. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal einen raus. So sieht einer aus. NEM 2,2 Gramm, also etwas mehr als die Super Böller 2. Haben wir vorne leider Tonerde. Hinten haben wir einen riesen Hohlraum und dann auch Tonerde. Sehr, sehr schade. Mal schauen, wie die so abschneiden. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann haben wir hier die XP3 am Start von X-Bloat. Die müssen wir jetzt nochmal kurz aufmachen. So sieht einer aus. 2,5 Gramm, also sogar mehr als die Black Cobrax. Und jetzt schaut euch die mal im Größenvergleich an. Also hier haben wir echt viel Luft gelassen, genau wie bei der aktuellen China-Ranzware. Ja, hier haben wir hinten, ich weiß gar nicht was das ist, irgendein Kleber, habe ich noch nie gesehen. Und vorne, vorne weiß ich auch nicht was das ist, irgendein Lehm oder sowas. Absolut keine Ahnung. Bin mal gespannt, wie die so sind, ob die wirklich dann lauter sind als die hier und die hier. Dann haben wir hier einen Funke D-Böller aus der 2016er Charge. Der hat 4,2 Gramm, hat deutlich mehr NEM als alle anderen Böller hier in diesem Vergleich. Der ist einfach nochmal da, um die Lautstärke zu vergleichen. Mal schauen, ob einer von diesen Böllern mit deutlich weniger NEM vielleicht noch lauter ist. Das wäre auf jeden Fall richtig krass. Haben wir noch als letztes die Dynamite Böller von Bröckhoff. Hier haben wir eine NEM auf die 5 Stück von 12,45 Gramm, also fast 2,5 Gramm pro Böller. Machen wir jetzt auch nochmal kurz auf und holen uns hier einen raus. Müssen wir auch mal das Papier kurz weg machen. Und was sehen wir hier? Leider, leider Tonerde hinten. Und die rieselt sogar raus. Bin mal gespannt, was vorne ist. Aha, vorne. Vorne haben wir Gips. Interessant. Ja, könnten auf jeden Fall was sein. Wurden die auch schon mit The King verglichen zum Beispiel. Und wurden als günstige Alternative dargestellt. Bin auf jeden Fall gespannt, wie die so sind. Und ob die lauter sind als der Funke D-Böller. Wird auf jeden Fall spannend. Also wir haben einen sehr interessanten Vergleich. Alle Böller, sogar der Superböller 2 von Veko, sind steinhart. Und ja, ich bin echt gespannt, wer hier als Sieger vorgehen wird. Und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß bei diesem Vergleich. So, jetzt hier der Premium-Böller-Vergleich. Wir beginnen mal mit den vermutlich schlechtesten Iveco Superböller 2. Ja, war gar nicht so schlecht. Ja, ging eigentlich doch ganz klar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal der NEM nach. Jetzt die Dynamite von Breckhoff. Die haben 2 Gramm, soweit ich weiß. Lass den zweiten auch mal hinstellen. Der war schon deutlich lauter als der Superböller auf jeden Fall. Zehnter Ahnung. Nochmal in Dynamite. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Kann man sich nicht beschweren. Lauter als die Superböller auf jeden Fall. Dann jetzt die Black Cobrax 15.0. 2,2 Gramm NEM. Ich glaube nochmal minimal lauter. Jetzt nicht viel lauter, aber etwas. Was? All around me are familiar faces. Worn out places. Worn out faces. Ja, nicht schlecht. Aber die ploppen ja auch nur auf. Man sieht hier sehr viel Mogelpackung hinten drin. Jetzt machen wir weiter mit dem XP3 von Xplode. 2,5 Gramm. Schöner Vorbrenner. Konnte auf jeden Fall auch gut mithalten. Und bedingt lauter war es jetzt nicht. Au, sehr heller Knall. Und dann jetzt hier noch zum Abschluss Funke D-Böller 2016er Charge. Der hat diesen Vergleich auf jeden Fall gewonnen. Schnipsel sehr schön. War auch deutlich am lautesten. Die anderen Böller waren so circa gleich. Außen natürlich die Superböller 2 von Veko. Die waren deutlich schlechter nochmal. Also man merkt auf jeden Fall den Unterschied zwischen China-Böllern und Premium-Böllern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich höre schon wieder, ich sitze in meinem Zimmer, seh aus der Ferne, das Klimmern und will einfach nur hinter. Und ich mach das Fenster auf. Schrägschuss raus, Feuer aus vollem Lauf. Ich brauch das wie Drogen, auch ohne bin ich in vollem Rauf. Übertriebene Ketten, so lang wie ein ganzer Straßenzug. Batterien sind groß, sie packen einen ganzen Wagen zu. Ab und zu die Polizei, doch sie haben gerade zu tun.